man ist in die Boden getötetete getötete getötete destudier verteidig verteidigt ich gucke mal er ist jedoch von oben knby ich nun wieder als erologies falando 혼ste meine Bank zehn oder ach egal brauchen wir 1993 Wird aber ein bisschen knapp, wenn ich da drauf springe. Was wäre ich runtergefallen? Es wird alles voll, naja. So, bauen wir uns hier mal ein bisschen rum, Langeweile vertreiben, während unsere Sklaven arbeiten. So. Wie sieht das wohl aus? So. Hm. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Total Banane, aber... Sieht das jetzt synchron aus? Nee. Egal. Egal. Das Ganze soll dazu. Hm. Naja, sollen sie machen. Ich lauf so lange hier auf meinen gelben Kackstreifen rum. Haha. Hm. Hm. Hmhm. Hm. Und ja, genau, also ähm, der Mr. Sneakers ist heute nicht dabei. Denn leider Gottes, er muss in die Schule. Es tut mir auch sehr leid für dich, wenn du das hinterher mal anguckst. Wäre sicher witzig gewesen, aber yo. Was soll's. Alter, wie hammer das aussieht. Einfach nur. Und bestimmt, ich spring runter, erst mal voll da. Nein! Nein! Hehe. Hahaha. Oh. Hehehe. ername Hle. Oh. Oh. Nein, spring einfach mal hier drauf. Wow! Wow! Wie viele waren das? Sechs? Alter! Alter, das waren voll wenige. Und ich bin trotzdem mega geil geflogen. Krass. Und wenn wir das... Vielleicht bereiten wir das mal vor. Mit ein paar Hunderten oder so. Und dann sieht das sicher extrem geil aus. Wenn schon sechs so eine Sprengkraft haben... Och! Unser Killer-Keks ist weg. Er hat's aufgegeben. Krass. Naja. Jo, also ne Lobby! Auf in die Lobby! Ich hab das, glaub ich, grad so verstanden. Die wollen ne Karte bauen, auf der das extrem gut geht. Penball? Da auf dem Dach, oder wie? Ne, da ist ne andere Penball-Karte. Hm. Ich huste nochmal, tut mir leid. So, dann bin ich wieder. Also. Ah! Äh, wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Hm? Komm nochmal, wegen Spitzhacke. Okay. Okay, okay, okay. Ist deutlich besser, als wenn man nur Steine hat. Ist dann leichter. Super. Und... Alter, was für alles Fisch. Da. Gut. Wie lange das wohl jetzt schon geht, das Let's Play? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich ist es eher ein Let's Fun. Weil, wirklich spielen, machen wir jetzt nicht. Sondern wir machen nur etwas Kacke. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Ah! Juhu! Ich hab ne Spitzhacke! Juhu! 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 Das ist unser Friedensgruß. Das auch ab? Ähm. Was ist mit dem los? Ach, der ist runtergesprungen. Okay. So. Juhu! Aua! Oh. Äh. Was machen die da? Also, vom Hochhaus soll ich jetzt springen? Juhu! Wär schon fast reingelaufen. Aber schön bunt sieht hier auch aus, hier. Hihihi. Da hört man es im Hintergrund etwas explodieren. Ich gucke immer aus dem Fenster. Ach, egal. Komm, erstmal nach oben. Herzlich willkommen zum Lauf das Hochhaus Hoch Simulator. Blub, 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 blub. Vielleicht komme ich noch ganz aufs Dach. Okay, okay. Das müsste aber schon reichen, aber... Aber... Weil wir es können, gehen wir aufs Dach. Wir machen keine halben Dinger hier. Nee, nee, machen wir nicht. So, nur... Die Hacke ist wirklich sehr praktisch. Danke von dir, Mr. 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 Killerkeks. Für diese super Idee. Ich wäre jetzt ohne aufgeschmissen. Alter! Die ganzen Blöcke hier. Was denn? Wie hoch geht's denn hier noch? Ich hab gedacht, ich wäre schon ganz oben. Geht da noch mega weit hier... Weiter. Zack, zack. Oh, ich baue... Hä? Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich baue. Ich hab die Orientierung verloren. So, zack und zack. Perfekt. Wir sind oben. Also, ich bin oben. Dahin, okay. Ich nehme mir mal ein bisschen... ...ne ausgefallene Farbe. So. Dann bauen wir uns hier erstmal... ...einen... ...nein, keinen, sondern... ...einen Steg. Und nicht das, was ihr denkt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Sowas wird's nicht. So. Perfekt. Reicht doch. Und in der Zwischenzeit... ...gehe ich hier etwas spazieren. Hui. 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 Okay, reicht jetzt aber. Wo bauen die denn jetzt eigentlich? Ach, da. Wow. Okay, ich glaube, ich brauche hier... ...eine Reihe noch ab. Sonst springe ich zu weit. Alter, ich gucke mal auf die Karte. Warte, da sieht man jetzt nicht so gut. Die kleinen weißen Dinger da... ...wo die zwei grünen rumlaufen... ...und ich mich hier gerade so blöd drehe. Das sind alles Min. Ach, hier ist der Steg. Sieht man jetzt nicht so ganz so gut... ...weil die alle so dicht... ...ah, nebenan alle liegen. Boah, ich fahr gleich runter. Krass. Nein! Wow. Glück gehabt. Hm, 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 hm. Es ist auch super nett, ey. Wie die... ...für mich arbeiten, sozusagen. Ich hab dann hinterher das Vergnügen. Also, da muss man schon, ey... ...lob aussprechen für die zwei. Das ist super nett von euch. Muss man sagen. So. Bauen wir hier mal ein bisschen... ...so als Schlangeweile und Smiley. So, mit Nase und Mund und allem. So. Hihihi. Hihihi. Und was können wir denn noch bauen? So. Und so. Und so. Bauen wir uns hier mal ein Aussichtsturm. Ich weiß nicht, wieso ich da unten extra... ...so eine Plattform gebaut hab, aber... ...schöne Map eigentlich. Die geht noch. Also, manche sind schlimmer. Zum Beispiel, die eine, die ich euch schon mal gezeigt hab. Ui, ähm... ...die mit den zwei Schiffen gegenüber. Jetzt nix gegen den Kartenbauer, aber... ...ich find die irgendwie lame. Ja, was hast du da? Zwei Schiffe. Gegenüber. Und nichts. Ja, das war's. Sieht ja niedlich aus. Oh. Ich kann gleich. Ja, ist doch schön. Ich muss mich hier die ganze Zeit rumquatschen. Ey. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier erzählen soll. Nein! Äh. Jetzt bin ich in meine eigene Mien gelaufen. Scheiße. Äh. Ja, ich bin gleich wieder oben. Oh, ich brauch Leben. Hallo. Äh. Dachchen. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach oben. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö wow wie geil das einfach aussieht schaffst du es wenn das jetzt da unten in die luft liegt sagt wenn er fertig seid so ich mache hier nach nach diesem sprung und auch auch eine kleine aufnahmepause denn was sagt die uhr was sagt die uhr ja es gibt gleich mittag ich freue ich mich schon ein bisschen drauf oh wie schön schwarz sie werden auf einmal sieht nice aus cool ich mache jetzt musaik hier ich meine schachbrett so und 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 so okay hör mal auf und so zu sagen oh juhu ich kann also wir sehen uns dann in der nächsten aufnahme wieder halleluja wow also da ist gerade erst mal nichts passiert und auf einmal fliegen die luft und fliegen zur seite ich glaube alter alter wie geil so gris sieht das gar nicht aus naja wir sehen uns dann in der nächsten aufnahme wieder ich denke das machen wir noch öfters denn das ist super funny und er will jetzt in ordnung also wir bauen gleich für ihn was aber das gehört nicht mehr in meine aufnahme und wir sehen uns dann wieder in der nächsten aufnahme was ich jetzt schon tausend mal gesagt habe ähm ne das ist nicht witzig ganz ehrlich ne ach scheiß doch ey das ist doch kacke ey das tut mir jetzt echt leid für die idioten die diese karte gebaut haben aber ganz ehrlich das ist nicht witzig das ist einfach nicht witzig ne nicht witzig in ordnung dann ciao mit sh und tut mir leid dass wir das gerade dass ihr das noch sehen wusstet ich konnte es ja nicht wissen ok wir sehen uns ciao ciao